Happy Birthday, Habib Khan. Happy Birthday, It's Shit. Happy Birthday, Clara Angelica Siahan. Ich spiele heute bei Free Fire Gunfight. Schauen wir mal, wie das neue Szenario ist. Viel Spaß. Okay, es ist soweit. Es ist Sniper, Points Grab, 4 gegen 4. Das kenne ich, das Sniper. Ist das jetzt immer das gleiche Spiel? Bei den Yagen kenne ich das von... Was ist das, wie das? Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Ich bin schon schon. Schien, schien, schien. Dabei ist langsam. Ah, der ist nicht down. Ah, der ist nicht down. Oh yeah, Speed. Was nicht, war nur Platz 3? Ah, mit 2 genauso. Gut, das war die erste Runde. Ich probiere nochmal, das Gunfight zu machen. Schau, ob es das gleich ist. Das gleich. Okay, jetzt gibt es den Weapon Master in Kreativ. Das ist ja das Film als über den Knarrechrist. Meine ich, dass es das ist? Ach, 0, ich hab die 1. Oh, das ist das. Es kommt vor. Das ist ein Mann, das ist ein Mann. Oh Oh I Ach Ich bin der Grundletzte Nein Das kann nicht sein Ich bin immer noch der Grundletzte Das kann doch nicht sein Oh Oh Okay Okay Was? Der Vorletzte Ich bin so schlecht Ich bin so schlecht Oh 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 Ja so ist das die Perrierer noch also wie mich wie mich ich bin schuld ich bin schuf Ich habe noch einen Kill-Feld. Ein Kill-Feld noch. Okay. 14 14 ich war genauso gut wie der zweite von uns naja was soll's ja das waren jetzt die runde ganzheit also ich denke mal dass das gleich wie kreativ modus ja also das sage ich mal dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn auch nichts dabei seid bis dann wünsche ich viel spaß und auf wiedersehen ciao